Begleitet mich in den Disney-Store in Shanghai. Hallo mein Name, ich habe es wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute gehen wir zusammen in den Disney-Store in Shanghai. Ja, hier gibt es noch einen mitten in der Stadt, direkt hier beim Fernsehturm. Die Kulisse ist mega schön, es gibt auch einen schönen Glockenturm mit der Miki. Und wir gehen jetzt rein, ich zeige euch, was es da so zu sehen gibt. Ein paar Preise werde ich euch nennen, aber nicht alle. Und mal gucken, was ich denn von da drin alles mitnehmen werde. Ja, hier ist dann der Glockenturm oder diese Uhr. Und dann habt ihr hier die einzelnen Figuren. Ich finde die Kulisse echt schön, weil ihr habt den Fernsehturm hier im Hintergrund. Und ja, hier direkt den Disney-Store. Richtig schön. So, dann gehen wir mal rein und was sehen wir hier? Erstmal ein Schloss. Wie süß. Oh mein Gott. Ich sehe schon die Cherry Blossom-Kollektion. Ich bin der größte Winnie-Pooh-Fan und so, aber die ist sehr süß, diese Kollektion. Richtig cute. Ja. Was? Hier haben wir zum Beispiel IA 139, chinesische Huan, glaube ich. Lozo-Geldbeutel 169, der große IA 259, ihr könnt es ja dann umrechnen. Hier gibt es auch noch so, ah, sind so Winnie-Pooh-Haarspangen. Schaut mal, wie süß. 99. Oh, die Schneekugel ist auch toll. Ja, ich muss gucken, ob es mit der Musik klappt oder ob ich da noch die Musik drunterlegen muss. Ich habe die Red für 159 Euro. Die Lozo-Tasche ist auch mega süß. Kostet 259. Ein Träumscher. Oh. Die habe ich online gesehen. Die finde ich auch richtig süß, muss ich sagen. Ich glaube, so eine muss mitkommen. Richtig cute. Kosten 139. Das sind verschiedene Katzen. Zumzums. Was sind das zum zum zum? Ich habe keine Ahnung. Diese schlafenden Mikis, die kennen wir ja aus Paris. Die bräuchte ich euch jetzt nicht zeigen. Ich zeige euch nur das, was jetzt wir nicht in Paris haben. Und das ist total süß, muss ich sagen. Schaut euch mal diese Uhr an. Ich bin jetzt nicht der Lucifer-Fan, aber ich finde die schon wirklich wieder cool. Ach, hier gibt es eine riesen Lucifer-Kollektion. Oh, die schlafenden Kuscheltiere sind auch wieder. Die sind auch New Arrivals, steht hier. Gibt ja die verschiedenen Süchtiere. Stitch haben wir auch hier. Ich muss auch sagen, ich mag die Farben sehr. Diese Pastellfarben. Total süß. Baymax für Brina. Nehmen wir so Topia. Nehmen wir nochmal die Cherry Blossom-Kollektion. Also wenn es nicht Winnie-Pooh wäre, sondern Mickey oder Minnie, dann würde ich ja richtig zuschlagen, weil ich die Farben so schön finde. Liebe Grüße an EA-Tina. Hier gibt es Kinderkleidung. Ja, jetzt schwenken wir mal kurz schnell durch die Kinderabteilung. Hier muss ich mich zum Glück nicht lange aufhalten. Hier gibt es auch Prinzessinnenkleider und Kindersachen und Spielzeug und Haarreif. Ich glaube, mit Wintermäntelchen und so. Aber ich muss sagen, ich finde die in Paris bei uns schöner. Also die sehen hier schon toll aus. Die kosten 500 chinesische Yen, glaube ich, sind es. Ich weiß es nicht, ob es auch Yen sind. Ich glaube nicht. 400. Es gibt auch ein Olaf-Kostüm. Puppen gibt es natürlich auch. Die kennen wir ja alle. Also das muss ich euch jetzt nicht genauer zeigen. Die sind alle. Hello. Ja, man fällt hier als Europäer auf jeden Fall auf. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Diesen auch süß hier. Chip and Dale. Mit diesen Mützen. Richtig cute. Dann haben wir hier Lozzo. Der böse Lozzo. Bösen Ohren. Schlüsselanhänger sind auch richtig süß. Ja, der guckt richtig böse, der Lozzo hier. Mit Teufelchen Ohren. Dann gibt es hier so einen Riesen-Lotso. Als Magic Offer anscheinend, aber ich verstehe es leider nicht. Aber der ist riesig. Dann gibt es hier nochmal die Katzen. Ganz viele Katzen Lucifer und Frigaro und Marie gibt es hier. Dann gibt es hier einmal ein Chinese New Year, noch ein paar Mickeys. Oh Gott, die Riesen-Schneewittchen-Puppe habe ich aber nicht gesehen. Schaut euch die mal an. Oh Gott, die steht in eurer Wohnung. Da kriegt man aber auch Angst. Hier habt ihr Lippenbalsam. Mit verschiedenen Charakteren. Hier haben wir die Pets-Dinger. gibt es hier auch mit verschiedenen Charakteren drauf. Hier gibt es so verschiedene Figuren. Auch richtig süß hier. Aber anscheinend gibt es hier nur noch Mickey, Daisy und so finde die anderen sehe ich gar nicht mehr. Und Donald und so. Dann gibt es verschiedene Lozzo-Figuren in verschiedenen Häuschen. Guck mal kurz die Lippenbalsams hier reinwerfen. Moment. Und einen brauche ich auch noch für mich. Welchen nehme ich denn? Welchen nehme ich denn? Ich glaube, ich mag Lozzo. Mickey und Minnie gefallen mir nicht als Lippenbalsam. Hier gibt es auch weiterhin so Figuren. Und was ich richtig cool finde, da komme ich gleich zu. Hier gibt es Marvel-Hüllen. Hier gibt es Schmuck. Oh, Lozzo-Kopfhörer. Und hier so Kopfhörer. Richtig süß. Hier gibt es Lozzo. Ich weiß nicht, was er kann. Aber es sieht cool aus auf jeden Fall. Die Figur, richtig süß. Und auch die Figuren. Wie schön ist bitte diese Mickey aus Rosen. Ich bin richtig begeistert. Ich will sowas zu Hause haben. Hier gibt es natürlich auch Marvel. Da schwenke ich jetzt auch mal kurz drüber. Ganz viel Spielzeug. Aber auch hier zum Beispiel Hoodies. Oder Jacken. 400 chinesische für diesen Hoodie zum Beispiel. Hier die Fischermütze kostet nix. 200. Dann gibt es eine Captain America-Jacke für 350. Was ich richtig cool finde, ist dieser Lozzo hier. Richtig cool. Der große Lozzo. Ich habe natürlich ein Foto mitgemacht. Dann gibt es hier noch mal so Topia-Sachen. Das sind sehr, sehr beliebt. 260 für das Kuscheltier. Dieser Hoodie kostet 360. Jetzt hier noch so eine Kollektion mit Stitch, der an dem T-Shirt hängt. Dasselbe mit Marie. Das ist eigentlich ganz süß. Die sind hier fest an dem T-Shirt dran. Muss man halt immer mit waschen. Dasselbe hier mit den Lozzo-Mützen. Die habe ich tatsächlich online schon gesehen. Die Kollektion finde ich eigentlich auch ganz süß. Vielleicht hole ich mir diese Lozzo-Mütze. Ja, was kostet hier so eine Mütze? 169. So ein T-Shirt hier kostet 259. Die Tasche und die Söckchen auf sehr süß 79. Dann gibt es hier noch einen Bademantel. So, hier haben wir jetzt die Hundesachen. Hier haben wir die Home-Kollektion mit Kissen und so weiter. Tassen. Das ist aber schön. Am Teppich. Das habe ich euch schon gezeigt. Gehen wir uns noch schnell hier hin. Mini mit Erdbeere. Chip and Dale mit Erdbeere. Marie mit Erdbeere. Hier gibt es nochmal zum Jahr des Drachen, glaube ich, hier die verschiedenen Charaktere in deren Drachen-Outfits. Das sieht man hier. Dann sind wir hier so schlafende Tiere. Also schlafende Disney-Figuren. Auch richtig süß. Das ist eine 100-Kollektion. Oh, die Tasche gefällt mir. Hier gibt es noch Schlüsselanhänger. Oh, Sebastian da unten. Oh, hier gibt es Ohren. Und so kleine Geldbeutel. Aber die Ohren sagen mir jetzt nicht zu. Hier gibt es noch so Schlüsselanhänger. Nochmal die Cherry Blossom-Kollektion. Hier kann man sogar Fotos machen. Das sind richtige Fotospots. Richtig cute. Hier auch. Mit Esel. Cherry Blossom-Kollektion. Kennen wir schon. Ja, ich glaube, ich bin jetzt eigentlich fast durch. Hier sind noch Kindersachen. Erwachsenen-Sachen. Bis auf die T-Shirts habe ich jetzt nicht gesehen. Ah ja, das kennen wir. Die Kollektion. Die hatten wir ja auch in Paris und im Shop Disney. Ja. Ah ne, da habe ich noch ein bisschen was. Ah, da bin ich durch. Das war's. Ein richtig cooler Disney-Store, muss ich sagen. Eine Sache habe ich vergessen, euch zu zeigen. Es gibt hier diese Thermos-Kannen, die man sich umhängen kann. Also die finde ich ja immer mega. Ich glaube, so eine muss ich mir mitholen. War es schwarz oder weiß? Ja, das war mein Video aus dem Disney-Store hier in Shanghai. Also die Sachen sind 1000 Mal süßer als bei uns in Paris und im Disney-Store. Deswegen, ja, war auf jeden Fall wer hier mal herzukommen. Ich habe einiges geshoppt. Das seht ihr dann im Haul. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao. 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 technologies. apprentices. Bis zum nächsten Mal.